Vor allen Dingen, ich mache mit dem Kopf den da und ihr seht ja gar nicht, wie ich meine. Auch nicht. Normalerweise müssten die voll erschrocken sein und denken so, was passiert hier? Checkt es nicht. Genau, zeigt doch mit dem Finger auf den Monter. Aufs Messerschießen bringt auch nichts. Hä, der sticht vor allen Dingen trotzdem zu, obwohl ich das Messer abgeschossen habe. Ich habe alle durch, außer Dutch. Der schießt doch nicht Dutch. Oder? Wie das überfordert, wie viel das dauert schon so lange. Aber den habe ich doch am Anfang schon. Da, guck. Ein Dutch? Wirklich? Nein. Den kann ich gar nicht erschießen. Guck. Ich gehe gar nicht. Irgendwann was hinschießen bringt auch nichts. Ein Fass? Nee, egal welche. Achso, ich kann mehrmals schießen. Aber wie soll ich mehr... Ich verstehe. Nee, gar nicht schießen bringt nichts. Ja, aber guck, ich würde ja mehrmals schießen, aber der macht direkt, äh, Ende. Nee, nicht schießen bringt nichts. Dann sagt er ja irgendwann, mach doch mal was. Sag doch einfach, ich kündige. Ja. Ich drehe mich zu Dutch und sage, ich kündige. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, würdest du bitte auf jemanden schießen? Habe ich ja versucht. Nur endlich weg mit dir. Ist denn Lars doch? Wer möchte sein, der Messias? Nicht ich. Nein, ich möchte sein, der Dutch Van der Linde. Wer auch er sein kann. Ich bin Archibald Smith. Ein legegegeist. aber es macht keinen sinn ja würdest du gerne jemanden würdest du bitte jemanden das kann noch lange dauern das kann noch lange dauern das kann noch lange dauern du kommst wieder kann ich gar nichts machen aber ich kann doch nicht mehrere erschießen das ist das hier was heißt das hier okay ich habe keine ahnung was das jetzt was das jetzt bewirkt ist möglich dass das fleisch irgendwie hängen geblieben ist das ist das ist das ist das ist Ja, vermute ich auch, weil das kann ja eigentlich nicht sein, egal wen ich angeschossen habe, das kann funktionieren. Tennis sind alle da. Oh, siehst du? Ich bin auf der anderen Seite. Okay, bye bye Lars und bye bye Markus. Ich laufe, mein Leben. Ja, ich glaube, das war ein Bug. Kann man sich das nicht anderes vorstellen? Ja, ich jetzt. Wartet mal, lasst mich mal. Ich futter mal kurz. Willst du von dir? Was? Okay, girl. Easy. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da der Fehler jetzt war bei der Mission. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich sollte einfach auf jemanden schießen, glaube ich. Aber das hat nicht funktioniert. Warum auch immer. Okay. 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 What I do want was he was? sauber machen darf ich jetzt bitte mein pferd sauber machen dank der einfach im weg wie geht's dir so und noch mal füttern weil du bist du ich brauche was zu essen das wert nein ich gehe mal nicht zu ich kann nichts anderes machen ich bin ich danke für dein follow Oh, Sabana. Hallo? Was ist hier gemobbt im Spiel? Mir gehts ganz gut Außer ich habe im Spiel gemobbt Sein Sohn Er ist für ihn wie ein Sohn, ja? Der sieht älter aus Also Arthur sieht älter aus Ich würde mir gerne mal mein Bart stutzen, Leute Darf ich hier nicht mal chillen? Ich muss mal was essen Der ist Kekse Der ist nicht da Er hat sich gerade eben verabscheut Alex, wie schmecken die Pizza? Was hast du eigentlich für eine Pizza? Kann ich mir einen Marker setzen? Ich brauche ein Navi Jetzt können wir jetzt unser Zelt wechseln Wechseln Echt? Jun, kommst du denn hinterher oder was? Was denn? Du bist ein freier Mensch Was denn? Können wir auch ein bisschen schneller reiten Oder kommst du dann direkt schon nicht da Auf dein Leben? So we're heading south? Ja, das ist eine Umgebung von Dewbarret Creek. Dutch will uns das mal sehen. Wir machen es sicher, dass es klar ist und ein guter Ort ist, um ein paar Wochen zu stehen. Ich habe ihn nur ein paar Monate kennengelernt, aber die Art, wie er spricht, ich habe nie gedacht, dass ich ihn sehen, dass er einen in der Nähe zu gehen. Genau. Und ich weiß, dass jetzt nicht ein Lied zu stehen ist. Es gibt zu viele von uns für das. Ich wollte grüßen, nicht verschonen. Was zum... Warum? Ich wollte nett sein. Boah, da wäre ich jetzt gerade gerne. Aber bei Sommer bitte. Schön warm. Ob der der? Ja? Ja. Ja. Was ist das? Ich habe das Gefühl, der kleine Jungen kann nicht reinen. Das heißt, unser Camp ist jetzt im Grunde in der Nähe von... ...der großen Stadt dann, ne? Halt! Na lang. Kommst du hinterher? Ich glaube, der Junge ist ein bisschen verwirrt. Hier. Der Junge kann nicht reiten. Der Junge kann nicht reinen. Oh? Oof. Ach da! Sieht aus, als ob er da schon lange, lange liegt. Genau. Immer erst schießen. Was? Dosengemüse. Her damit. Noch mehr Essbares? Noch mehr Dosengemüse. Die Leute, die hier waren, stehen auf Gemüse. Was schnupperst du? Er lässt mich nicht da rein, okay. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus? Was dieser gemacht? Sieht aus? Was diese Germanen? Was? Wir brauchen die Land. Wir brauchen die Land. Wir brauchen die Hände. Sie haben die Aufmerksamkeit. Wer? Wo haben sie ihn? Das ist kein Geschäft. Ich spreche sogar ihre Sprache. Du bist nicht so schwer und dick. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir sollten uns in der Kampffahrt gehen, nicht auf einen Wild Goose-Chase gehen. Komm schon, Arthur. Das ist nicht so wie du bist. Na, vielleicht nicht du mich so gut wie du denkst. Warte, lass mich sicher, dass das richtig ist. Ich! Ich sehe da nichts. Außer Green. So, what happened with those Pinkertons, anyway, when you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned dead ship. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you ask me. I think this is the right way. Give me a second. Here is water. I don't think they are here. Okay. I don't think they are going to go to the auction yard, to collect the money for those sheep. That's a bit of a dive. Vor allen Dingen bei dem Wetter findet man die Spuren mit Sicherheit. Verlassen, da brennt doch überall Licht. Aber hier brennt doch noch überall Lagerfeuer und alles. Die sind doch nicht weg. Oh Gott sei Dank, ich hab da jemanden jammern gehört. Vorsicht, 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 das ist eine Pfanne, Vorsicht. Das war doch klar. Ah, da bin ich okay. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Achso, das ist wunderbar. Nein. Okay. Nein. Bleib nie. Aber Junge. Helfen sie mir. Nein. Ich muss erst mal plündern. Nein. Ich kann grad nicht. Ich muss erst mal looten. Das Deutsch passt überhaupt nicht in dieses Spiel. Nein. 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 Alter, was mit den Pferden los. Da liegt hier noch einer da? Kann er nicht mal sein Pferd beruhigen? Meins chillt wenigstens hier. Oh, echt was zu essen. Das ist wert. So. Ach, da hat es das Ferd.